Herzlich Willkommen zum Ersten Deutschen Fernseher bei der Tagesshow. Heute sprechen wir wieder bestimmte Themen an. Einmal Weltmeisterschaften im Bauchrutschen wie ein Pinguin. Oh mein Gott! Was waren denn Ihre größten Konkurrenten? Also das war die Anna Griesbeck, weil sie so in mich reingerutscht ist. Und der Barcelo, der überhaupt nicht gerutscht ist. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Tschau!